Hi Freunde und herzlich willkommen, hier bei AchiGaming, Hallo mit am Start, heute gibt es neuen SPC-Content, es ist Samstag und wir starten heute rein und zwar im Shop. Es hat einiges zu tun und zwar mit dem, was die AI heute released hat. Bevor wir mal rein starten in den Content und uns gemeinsam alles anschauen, was heute Neues rausgekommen ist, vergesst nicht einen Daumen nach oben da zu lassen. Nehmt euch kurz die zwei Sekunden Zeit, zerstört auch nicht den Like-Button, ich weiß, dass ihr es hinbekommt und gerne auch für den Algorithmus mal einen Kommentar hinterlassen. Ich habe vor allen Dingen gesehen auch, ihr habt noch kein Abo dagelassen, holt das sehr gerne nach, rund 60% von Leuten, die immer täglich zuschauen, haben noch kein Abo dagelassen. Also für den täglichen Content, ich mache das Ganze nicht Fulltime, lasst gerne mal Liebe da, ihr habt es in einigen Videos der letzten Zeit getan, also zerstört mal ordentlich den Like-Button. So Freunde, in diesem Sinne müssen wir heiß diskutieren über EA Sports, wirklich, ohne Witz. Ich würde sehr, sehr gerne jeden Abend mit euch über EA sprechen, was sie gut machen, was sie top machen, haben wir in den letzten Tagen auch gemacht. Aber heute müssen wir tatsächlich wieder darüber reden, dass EA maximal, und damit meine ich wirklich dieses maximale Lost, komplett Lost ist. Also Freunde der Sonne, guckt euch das mal an. Wir haben ein 84-Plus-Starspieler-Pack, enthält 17 seltene Goldspieler, 5 davon garantiert 84 oder höher. Dazu gibt es 5 Spielerwahlen, gut 5 Player-Picks, 22 Items für 125.000 Münzen und für 1750 FIFA-Points. Das muss man sich alleine schon auf der Zwischenzeit gehen lassen, aber wenn wir eins nach rechts gehen, haben wir das Foot-Hero-Spieler-Pack. Ihr könnt euch daran erinnern, Foot-Heroes, da gab es da mal diesen EA-Fail, gerade am Anfang zu FIFA, ich glaube, das war damals 20.000, 30.000, ich weiß schon gar nicht, wie günstig es war. Da war ja ein Fail, das war quasi direkt wieder raus aus dem Shop, das war gefällt, das war auch so ein Foot-Hero-Pack. Das haben wir jetzt auch am Start, aber ihr seht es schon unter meiner Facecam, ja, und das möchte ich jetzt mal gerade ausführlich hier nochmal betonen, 200.000 Münzen oder 2500 FIFA-Points. Und ihr seht es, das ist ein schwarzes Pack, es geht immer noch um den Black Friday, wir haben immer noch die Black Friday-Promo-Worldcup-Road-to-the-Worldcup-Promo, wenn wir denn so wollen. Und da haben wir schon gestern ein bisschen leicht drüber gesprochen und ich möchte das hier gerne nochmal wiederholen. Also, eigentlich, eigentlich, wir haben ja auch schon unter anderem von EA bekommen, dieses 10-Münzen-Pack, übrigens jetzt auch hier wieder am Start, sehr, sehr gerne öffnen, da können wir mal reingehen. Das ist top in Bezug auf Black Friday, ja, darum geht es hier an Black Friday, eben teure Sachen, die jetzt eben günstiger werden. So, und da kann man mit diesem 10-Münzen-Pack absolut nichts falsch machen, ja, das also bitte nicht vergessen, das meine ich jetzt aber auch gar nicht, was wir hier am Start haben, sondern eben diese zwei Packs vor allen Dingen, vor allen Dingen dieses 200.000-Münzen-Packs für so ein Hero-Ding. Also, Freunde der Sonne, was hat sich EA denn dabei bitte gedacht? Ich bin gespannt auf eure Meinung und bitte, tut mir eingefallen, lasst die Finger weg von diesem Pack, denn da seht ihr es, ein Hero-Spieler ist da drin, 5 seltene Goldspieler und dazu gibt es auch 5 Spielerwahlen. Das sind diese Time-Limiten bis Januar, Anfang Januar gehen die, das sind diese roten, time-limitierten Spieler. Komplett unrelevant, für 200.000 Münzen, also da könnte ich jetzt schon das Video beenden, weil, also da habe ich jetzt schon, ich weiß nicht, was sie, also ich kann, mir fällt kein Wort dafür ein, mir fällt kein Wort dafür ein, ich kann, ich kann es nicht, ich kann es nicht, es geht einfach nicht, ich wirklich, da bin ich am Ende, da bin ich wirklich am Ende.